Hey, hey, hier ist der Wampendribbler und ihr hört Megafon95, den Fortuna-Podcast mit mir und dem Schuenski8. Guten Abend meinerseits. Und wir sprechen mal wieder in Folge 80 über die letzten drei Spiele unserer Fortuna. Und eigentlich würdest du sagen, ja, vier Punkte aus drei Spielen. Gar nicht so schlecht, aber irgendwie fühlt sich das dann doch irgendwie kacke an. Du gewinnst gegen Schalke, kriegst eine Klatsche gegen Bayern, obwohl du eigentlich sehr gut spielst und kriegst dann so ein trauriges 2-2 gegen Hoffenheim hin, wo du besser bist. Der Gegner irgendwie einen Spieler verliert und trotzdem stellt sich da kein Gefühl von Glück oder irgendeinem Wohltungefühl ein. Woran liegt das? Und ja, einerseits, weil die Konkurrenz halt natürlich jetzt auch gewonnen hat, ist das natürlich schwieriger und man verspielt halt Punkte, wo man denkt, man hätte eigentlich viel mehr Punkte haben müssen, aber verspielt diese dann und das ist dann halt das, was einem traurig macht oder nicht befriedigt. Man kriegt jetzt zum Beispiel gegen Hoffenheim ein Tor aberkannt, stellt sich die Frage, war es ein Fortschritt von Karaman, ja oder nein? Karaman geht hoch, der Verteidiger springt halt irgendwie in den Rhein. Meiner Meinung nach kein Foul, ansonsten musst du demnächst bei Ecken oder Freistößen generell auch so Dinger pfeifen, wenn der Verteidiger statisch steht und hoch springt und der Stürmer in ihn reinläuft, musst du es demnächst auch pfeifen. Und deswegen finde ich es persönlich ein bisschen schwierig, in der ganz blanken Theorie nachvollziehbar. Kann man zurücknehmen, muss man nicht zurücknehmen und ja, ist halt ärgerlich, aber auch ein bisschen verständlich. Ja, es ist halt eine Entscheidung, die wurde jetzt gegeben und ich habe eben schon in dem Spiel, was wir gesehen haben und gestern im Abendspiel der Bundesliga habe ich mir das auch angeguckt, ja, da gab es auch ähnliche Situationen, die sind nicht gepfiffen worden, von Verteidigern oder von Stürmern her, also naja, halten wir uns nicht damit auf, gehen wir ein bisschen in die News, bevor wir gleich nochmal vielleicht auf das eine oder andere Spiel blicken, die nächste Bundesliga-Saison startet erst im September. Michael, war eigentlich abzusehen, wenn du die aktuelle Saison ein bisschen eh länger ziehst als jetzt, also verschiebst du praktisch die Saison um, ich sag mal knapp zwei Wochen, drei Wochen, die du jetzt eigentlich länger spielst. Ja, der aktuell wird geplant, frühestens am 11. September 2020 zu Beginn, also ist ja klar, dass sich das jetzt alles ein bisschen verschieben wird und es ist ja auch noch die Frage, ob die dann auch weiterhin ohne Zuschauer, wann Zuschauer mit können und der Rahmenplan wird dann natürlich nochmal angepasst in der Sommerpause. Uwe Klein hat Lutz Fadenstiel jetzt offiziell abgelöst, der hatte sein letztes Spiel, kurz noch dazu, zu klein haben wir, glaube ich, auch schon einiges gesagt, wir gehen davon aus, dass jetzt mehr Spieler aus dem direkten Umfeld kommen werden, zweite, dritte Liga, gegebenenfalls auch wieder Österreich oder Belgien. Siehst du das eher positiv, dass man jemanden genommen hat, der intern im Verein schon stattfindet, mit dem auch intern alle klarkommen oder siehst du das als riskanten Move, nicht jemanden zu holen, vielleicht von außerhalb, der schon Expertise in anderen Vereinen gesammelt hat. Und ja, ich sag mal so, bei Fadenstiel war es ja auch so, dass er als Sportvorstand war seine Position ja auch neu, genau das Gleiche und Fadenstiel kam ja auch eigentlich aus der Scouting-Abteilung von Hoffenheim. Uwe Klein, früher Co-Trainer, jetzt Scout gewesen und jetzt auch zum Sportvorstand aufgestiegen. An sich halt eine gute Lösung, meiner Meinung nach, wenn halt einer schon so lange im Verein ist und sich auch wirklich mit dem Verein identifiziert, ist das natürlich immer positiv und wenn alle Leute mit dem gut klarkommen, dann passieren halt nicht so Dinge wie beim Fadenstiel, dass dann irgendwie interne Leute dann irgendwie gekränkt sind und es dann irgendwelche internen Probleme gibt, weil beim Uwe Klein, den kennen alle schon und dann kommt da jetzt keine Unruhe rein oder sollte keine Unruhe reinkommen. Der ist seit der Oberliga im Verein, ich glaube, der war mal zwei Jahre weg oder sowas, wo er Sportdirektor bei Hansa Rostock war. Mal gucken, wir wünschen ihm auf jeden Fall alles Gute für seine Zukunft im Verein. Hoffen, dass er natürlich jetzt ein paar Kracher rausholt für die nächsten Jahre. Diego Contento, der Vertrag wird nicht verlängert, das heißt, er bleibt in Düsseldorf, er geht nach Krefeld, habe ich gehört, zum KFC, macht halt den Linksverteidiger nächstes Jahr, weil die Firma seiner Frau, die hat ja noch zwei Jahre Vertrag bei Faduna, also wird er dann jetzt demnächst zwei Jahre in Oerlingen spielen oder so bestimmt. Ja, ich finde es halt schade, als Contento halt kam. Ja, okay, ich sage mal so, damals habe ich es halt auch nicht verstanden, weil wir hatten eigentlich damals noch mit Gießemann und Lukoki eigentlich zwei gute Linksverteidiger und dann holt man Contento und vergrault sich so den Lukoki und ja, und dann war Contento halt verletzt, hatte er halt Pech gehabt. Aber das mit dem Lukoki, das ist halt auch so ein bisschen gewesen, dass Friedhelm Funkel ihn halt nicht als erfahren genug sah und wollte halt jemanden haben, der schon Ligaerfahrung hat und deswegen hat man dann den einzigen Verfügbaren geholt mit Diego Contento und dann hat Friedhelm Funkel halt einen Spieler bekommen, der schon Bundesligaerfahrung hat. Andersen Lukoki hatte die halt nicht. Deswegen war der halt bei Friedhelm Funkel nicht gern gesehen. Ja, aber deswegen bin ich ja auch froh, dass Friedhelm Funkel kein Trainer mehr ist bei uns, weil er halt Talente vergrault hat, weil er lieber einen Bozek spielen lässt, als dann irgendwie einem, oder der dann lieber einen Contento spielen lassen würde, wenn er fit gewesen wäre, anstatt einem Lukoki, der seine Sache ordentlich macht oder ordentlich gemacht hat, eine Chance zu geben. Ja, finde ich, das ist so dieses, ich verstehe, dass Contento keinen neuen Vertrag kriegt und aber, dass er auch irgendwie gefühlt, ich weiß nicht, eine halbe Stunde überhaupt gespielt hat für Fortuna in zwei Jahren. Aber dass man dafür dann halt so ein Talent wie Lukoki vergrault hat, finde ich halt immer noch, zwei Jahre später immer noch schade. Ja, aber dann Bozek, mit dem wird wahrscheinlich jetzt demnächst verlängert, weil er sich halt auch unter dem neuen Trainer Uwe Rösler sehr, sehr viel Lob angespielt hat, könnte man sagen, mit guten Leistungen praktisch zur Vertragsverlängerung. Das komplette Trainerteam hat auch eine Verlängerung bekommen, beziehungsweise die Assistenten und Fitnesstrainer und Torwarttrainer und alles Mögliche. Mit denen ist nochmal vorzeitig verlängert worden, deswegen auch für euch alles Gute in der Zukunft. Und Kevin Stöger will den Vertrag nicht verlängern. Ja, das ist noch nichts Offizielles, aber das war ja, man hat ja eh schon damit gerechnet, dass Stöger nicht verlängern will und jetzt kamen halt Berichte auf, dass er halt auch Angebote aus England hat, aus der ersten Liga. Also ich sehe da sehr schwarz, dass er bei Fortuna verlängern wird. Also was ich gehört habe, ist, wenn Fortuna in der ersten Liga bleibt und sich das mit dem englischen Klub nicht realisiert, ihr könnt mal gucken, bei welchem englischen Klub gerade ein neuer Scheich-Investor eingestiegen ist, dann wisst ihr, bei welchem Klub wir reden. Wenn sich das nicht realisiert, würde er bei Fortuna bleiben wollen, wenn die in der ersten Liga sind, also in der ersten Liga bleiben. Das ist der moderne Fußball, Freunde. Wir bekommen gerade keinen Kommentar mehr von Micha. Kurz noch deine Meinung dazu. Wie siehst du eigentlich, dass wir so viele Planstellen haben für die nächste Saison? Egal, ob wir jetzt in der ersten Liga bleiben oder nicht. Wir haben ja auch außerhalb davon einige Spieler, die schon Angebote von anderen Vereinen haben. Zum Beispiel Nico Gieselmann ist bei uns im Verein nicht mehr unumstritten, sondern deshalb sind halt auch Angebote, zum Beispiel auch aus Hannover, schon für ihn ziemlich interessant, wo man hört, im Düsseldorfer Umfeld, dass er sich damit auch schon beschäftigt oder beschäftigt hat. Wenn man in die zweite Liga gehen sollte, dann kann das natürlich auch ein Segen sein, wenn man dann sich praktisch komplett neu aufstellen kann und dann die teuren Spieler, der in der Bundesliga war oder der mit Fortuna in der Bundesliga war, wird mehr verdienen als ein neuer Spieler, den man in der zweiten Liga holt. Ja, deswegen, was das angeht, kann das natürlich ein Vorteil sein, aber auf der anderen Seite muss man halt viel machen und dann kommt es halt darauf an, ob der Uwe Klein da guten Ersatz findet oder ob die Verträge dann doch noch verlängert werden, weil aktuell sind es, glaube ich, 16 Spieler, die am Ende der Saison gehen können. Davon hast du allerdings jetzt schon vier fixe Abgänge. Kann positiv sein, kann aber auch negativ sein, je nachdem, wie gut die Transfers, die dann den Ersatz machen, sein werden oder wie gut halt die neuen Verträge ausgehandelt werden oder ob die dann jetzt doch für noch verlängern wollen oder nicht, wird wahrscheinlich auch davon abhängen, ob Fortuna in der ersten Liga bleibt oder ob Fortuna in die zweite Liga absteigt. Ich würde mal behaupten, in dem Gehaltsniveau, wo Fortuna rangiert, wäre es egal, ob man in der ersten Liga wird oder nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Wollen wir kurz zum Schalkspiel springen. Fortuna gewinnt 2-1 durch Tore von Hennings und Karamann, nachdem man sich so ein richtiges, mistige Kopfballtor von McKennie gefangen hat. Fortuna spielte im 3-5-2 und machte das Ganze ziemlich dominant und Schalke hatte eigentlich in der zweiten Halbzeit nicht mehr wirklich die Chance, da nochmal irgendwas zu reißen. Ja, Schalke war erschreckend schwach. Also ich glaube, die hatten irgendwie 30% Ballbesitz gegen Fortuna Düsseldorf. Also bei aller Liebe, aber wenn man nur 30% Ballbesitz gegen Fortuna Düsseldorf hat, dann ist da irgendwas falsch. Oder das kann einem einer Mannschaft wie Schalke, die von sich selber behaupten, die gehören eigentlich nach Europa, ist das halt zu wenig. Und ich war halt erschreckend, wie schlecht Schalke eigentlich war. Und dann gehen die auch noch in Führung. Und dann denkst du dir, natürlich ist Fortuna mal wieder der Aufbaugegner. Aber dann wurde es dann doch in 5 Minuten wieder gedreht. Und dann dachte ich mir so, okay. Schalke fehlte die Spielidee, Schalke fehlte das Konzept. Und irgendwie, ja, man kann von David Wagner halten, was man möchte als Trainer. Aber irgendwie scheint grundsätzlich auf der Mannschaft aus Gelsenkirchen momentan Fluch zu sehen. Komplizierter Kader, viele Kaderleichen, viele Spieler, die nicht mehr das Niveau haben, was sie haben müssten. Du hast Stellen im Kader zu krass, zu oft besetzt. Der Kader ist zu groß mit hochgerichtigen Spielern. Man redet immer davon, dass ein Kader zu groß oder zu klein ist. Der ideale Kader wäre 22, 23 Spieler, ungefähr auf einem Niveau, bisschen sinkend. Und dann packst du halt, keine Ahnung, füllst du den Kader mit 28, 29 Spielern halt auf. Jugendspieler, Spieler auf der zweiten, wo du siehst, okay, die könnten mit dem Training der ersten Mannschaft profitieren und da vielleicht dann einen, wie sagt man das, einen Sprung machen. Wir haben gut gespielt und zwei Tore geschossen. Es war verdient. Und dass man gegen Bayern dann 5-0 verloren hat, war halt ein bisschen tragisch. Meiner Meinung nach hat David Wagner ziemlich gut gespielt. Aber Lewandowski war halt eiskalt an dem Tag, genauso wie noch ein paar andere. Da war nicht viel zu holen, obwohl du eigentlich gut gespielt hast. Aber die machen halt auch Aus-Situationen, Tore, die du eigentlich perfekt verteidigt hast. Ja, es ist halt Bayern. Also 5-0 gegen die Bayern geschenkt. Also war eigentlich zu erwarten. Ich habe gehofft, dass man irgendwie nur 2-0 oder dass man irgendwie nur 2-0 oder 3-0 verliert. Das Einzige, was halt schade war, ist, dass Lewandowski jetzt nun endlich seine Tore gegen Fortuna gemacht hat. Dann natürlich auch direkt 2. Fortuna Düsseldorf war ja die einzige Mannschaft, gegen die Lewandowski noch kein einziges Tor geschossen hatte. Aber ja, alles geht zu Ende. Nur die Wurst hat 2 oder so ähnlich. Ja, ich weiß nicht, da kann man ja eigentlich nicht viel zu sagen. Es ist halt Bayern, verlierst du halt. Verlierst du halt 5-0. Es ist halt schade für die Tordifferenz, die aktuell sehr wichtig ist. Aber ja, kannst du nichts machen. Die Bayern, ne? Ja, auch kein Schmankerl war dann das Spiel gegen Hoffenheim. 2-2, 1-0 von Hennings in der 5-Minute. Dann macht Dabu irgendwie das 1-1. Dann macht halt 1-2 Steven Suber in der 61. Und dann macht Hennings per V-Lefmeter dann doch noch den Ausgleich. Fortuna auch hier dominant. Hoffenheim kassiert in der, glaube ich, 10. Minute eine rote Karte nach einem Schlag. Da kann man jetzt überreden, wie hart, wie heftig war der? War das jetzt wirklich rot oder nicht? Fakt ist, Tätigkeit ist Tätigkeit. Und wenn der dem ins Gesicht schlägt, dann ist das eine Tätigkeit. Ob der den jetzt hart trifft, praktisch als Knockout. Oder ob der den, ja, keine Ahnung, einfach nur trifft und das nicht wirklich wehtut. Das ist halt eine Tätigkeit. Das ist halt Profifußball. Fouls visualisieren nennt sich das, glaube ich, in der Fachsprache. Ich fand da halt, ja, der Stöß, der Hübner stößt den Eihahn halt weg. Ja, ist halt eine rote Karte. Sonst ist ja egal, ob der dem jetzt irgendwie wehgetan hat. Allein der Versuch zählt ja. Allein der Versuch ist ja schon die Tätigkeit. Ja, fand auch lustig, dass dann wurde, hat der Schiri noch mit dem Videoassistenten gequatscht. Und dann blieb die Entscheidung stehen. Und der Hübner, der dachte sich so, ja, die Ecke, die mache ich noch mit. Und wollte einfach nicht runtergehen. Wo ich mir auch denke, so, ja. Welcome to the Kreisliga. Vielleicht merkt der Schiri es nicht, wenn ich einfach auf dem Platz stehen bleibe. Und dann so, scheiße, er hat es doch gemerkt. Mist. Dann gehst du in die Kabine. Fortuna ist halt, auch wenn später dann Kowlowski sein Comeback gibt. Oder Ufuri halt wieder ein paar Spielminuten kriegt. Ist halt dann, ja, am Ende des Tages kriegt man dann Thorperkant vom VAR. Und haben wir ja am Anfang der Sendung schon angesprochen. Und spielst eigentlich ziemlich guten Fußball. Und du kriegst es aber nicht irgendwie geschafft, dann da am Ende noch irgendwie ein bisschen was rauszuholen. Was mehr ist als dieser jemalige Punkt. So, du hast schon wieder einen Unentschieden. Und im Gro, also im ganzen Saison würde ich sagen, ja, Unentschieden ist geil gegen Hoffenheim. Weil die spielen um Europa mit. Aber für die aktuelle Situation, ich will nicht sagen, von diesen Muss-Siegen sprechen. Aber jetzt kommen Dortmund und hier die Mannschaft aus dem Osten. Ja, da kannst du dich reinlegen. Da kannst du vielleicht alles geben. Ist vielleicht mehr drin als gegen den FC Bayern. Aber, puh, da musst du ja echt schon gucken, dass du irgendwie fit und verletzungsfrei bleibst. Damit du nochmal sechs Punkte holen kannst aus eigener Kraft an den letzten zwei Spieltagen. Um dann eine Möglichkeit zu haben, vielleicht noch Augsburg oder Mainz doch noch hinter sich zu lassen. Um auf dem Relegationsplatz zu bleiben oder vielleicht auf Platz 15 zu springen. Weil Mainz hat gepunktet dreifach. Und es wird auf jeden Fall nicht leichter und es werden weniger Spiele. Was ich beim Hoffenheim-Spiel halt schade fand, war, man stand vor dem 16er hatte eigentlich eine gute Schussposition. Anstatt dann einfach mal aus 20 Metern das Ding drauf zu hämmern, hat man dann so bayernmäßig versucht, die Lücke zu finden. Und hat die Lücke dann halt nicht gefunden. Und ja, mich hat es halt geärgert, dass man dann... Warum versucht man es nicht einfach mal aus 20 Metern? Das war damals im Pokal gegen Saarbrücken. Da hat man aus jeder Lage drauf geballert. Wo ich mir dachte, ja, man kann es auch übertreiben. Aber jetzt irgendwie gegen Hoffenheim ist gar nicht mal aus der zweiten Lücke. Das habe ich auch gesehen, dass zum Beispiel Kevin Ophori, der hatte drei, vier Chancen. Oder wo er die Chance hatte, wo er die Chance hatte abzuziehen. Hat einfach zu lange gebraucht, sich eine Ecke auszusuchen. Und dann halt der Hoffenheim herausgerückt ist, den Ball abgenommen hat oder den Schuss halt dann klären konnte. So, das hat halt da auf jeden Fall gefehlt. Und der war halt nicht handlungschnell genug. Und da hat dieses Spiel gegen Hoffenheim auf jeden Fall gezeigt, dass zumindest für das Tempo der Bundesliga ihm auf jeden Fall noch einiges fehlt. An Ruhe und Qualität auf jeden Fall. Vielleicht sogar Entschlossenheit. Weil die Qualität am Fuß, die hat er. Aber da fehlte auf jeden Fall was. Man hat es gesehen. Ja, ich weiß nicht. Da fehlte ein bisschen der Wille, ein bisschen die Brechstange. Könnte man rausholen. Fußballtaktisch haben sie es gut runtergespielt. Aber es war am Ende einfach nicht erfolgreich. Michael, jetzt haben wir vier Spiele. Und ich habe keine Ahnung, wann wir uns das nächste Mal treffen und welche Spiele wir dann besprechen. Aber ich habe irgendwie, ja keine Ahnung, meine Hoffnung liegt in zwei Unentschieden und zwei Sieden. Bist du da genauso optimistisch wie ich? Oder riskierst du halt in irgendeine positive oder negative Tendenz noch etwas mehr? Ich denke mal gegen Dortmund und Leipzig, da geht es nur darum, sich die Tordifferenz nicht zu krass zu versauen. Und gegen Union und Augsburg musst du halt gewinnen. Also wir werden bis zum Rest der Saison noch sechs Punkte holen. Maximal, meiner Meinung nach. Oder müssten. Und dann muss man halt gucken, ob es reicht für 16 oder ob es reicht für 15. Vielleicht könnte man irgendwie glücklich bei Dortmund, könnte man die irgendwie noch ärgern. Und da irgendwie noch einen Punkt holen. Aber eigentlich muss man sich darauf konzentrieren, gegen Augsburg und Union zu gewinnen. Vielleicht auch nicht nur 1-0, sondern vielleicht mal ein 2-0 zu versuchen, um die Tordifferenz ein bisschen aufzubessern. Aber im Endeffekt, es kommt halt darauf an, wie die Konkurrenz spielt, ob es dann reicht oder nicht. Weil wie gesagt, sechs Punkte werden wir maximal noch holen. Und ja, dann wird sich zeigen, ob man dann damit in der ersten Liga bleibt oder ob man in die Relegation kommt. Oder ob man dann direkt absteigt. Noch drei kurze Fragen aus der Hüfte kannst du mit Ja-Nein beantworten. Liegt unsere schlechte Tordifferenz am Keeper? Nein. Liegt unser aktuelles Versagen der Spielergebnisse am Trainer? Nein. Liegt es daran, dass wir keine Führungen ausbauen können an unseren Stürmern? Nein. So. Das ist einfach nur Kopfsache, weil man schon so oft das vermasselt hat und sich dann denkt, jetzt sind wir wieder in Führung. Hoffentlich verspielen wir es dieses Mal nicht. Und während du denkst, hoffentlich verspielen wir es dieses Mal nicht, hast du die Führung schon verspielt. Ja, aber es gibt ja einen Mentaltrainer und der müsste das eigentlich hinkriegen können. Ich denke nicht, dass wir absteigen werden, seitdem es in die Relegation geht. Da, denke ich mal, hat man dann die Klasse, das irgendwie zu halten. Ich habe halt nur irgendwie die Befürchtung, dass halt der Neuanfang, egal ob in der ersten oder zweiten Liga, halt ein bisschen kaputt gehen könnte. Das werden wir dann im Saisonabschluss besprechen. Vielleicht wissen wir da schon zum Kader oder etc. ein bisschen was mehr. Das war es von meiner Seite. Ich bin der Wappen-Dribbler und ich verabschiede mich. Und wie in den letzten Folgen auch noch mal letzte Worte von Micha. Und dann sehen wir uns in der nächsten Ausgabe Megafon 95 wieder. Ja, ich wollte nur noch am Ende sagen, ich finde halt gut, wie Fortuna aktuell mit dem Thema Rassismus umgeht und was halt in der USA los ist. Fand auch cool, dass Morales, als er eingewechselt wurde, sich hingekniet hat, wo ich im ersten Moment dachte, warum? Und dann ist mir aufgefallen, ah ja, der ist ja amerikanischer Staatsbürger. Und Sex Steffen hat sich da auch zu geäußert, wo ich mir denke, ja okay, die kommen halt aus der USA. Deswegen finde ich auch gut, dass dann der Verein, sage ich mal, denen die Plattform gibt, sich dementsprechend zu euch äußern und dann nicht irgendwie was dagegen sagen. Ja, und das Fortuna-Banner, was normalerweise ja auf der Südtribüne hängt mit Love, Fortuna, Hate, Resism, war gegen Hoffenheim gut zu sehen hinterm Tor. Fand ich auch gut. Und das war dann mein Wort zum Sonntag. Auf Wiedersehen und ciao. Auf Wiedersehen und ciao.